Was ist ein Elektro-Wog? Ein Elektro-Wog ist eine Kombination aus einer Wog-Pfanne mit einem Heizelement, der es dir ermöglicht, auch fernab der Küche asiatische Gerichte zu zaubern. So kannst du den Wog-Mobil auch auf einem Tisch einsetzen und gemeinsam mit der Familie oder Freunden tolle Gerichte direkt am Tisch des Geschehens zaubern. Welche Speisen lassen sich mit einem Elektro-Wog zubereiten? Neben den klassischen Gerichten wie Barmigoreng oder Nasigoreng kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und jegliches kulinarische Experiment im Elektro-Wog zubereiten. Was kostet ein Elektro-Wog? Je nach Ausstattung und Qualität variieren die Preise sehr stark. Es gibt günstige Einsteigermodelle schon ab 30 Euro. Wo kann ich einen Elektro-Wog kaufen? Elektro-Wogs gibt es grundsätzlich in jedem gut sortierten Elektrofachgeschäft. Ab und an kann man diese Geräte sogar in Supermärkten im Angebot finden. Welche Alternative zu einem Elektro-Wog gibt es? Die herkömmliche Alternative zu einem Elektro-Wog ist die klassische Wog-Pfanne, die man auf einem Herd benutzen kann. Vorteil ist hierbei die höhere Temperatur, da herkömmliche Herde meist mehr Leistung bringen. Was zeichnet einen klassischen Elektro-Wog aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Der klassische Elektro-Wog besteht aus einem Heizelement und einer dazu passenden Wog-Pfanne. Durch die mobile Bauweise lässt er sich fast überall betreiben und bietet so große Flexibilität. Was zeichnet einen Hot-Pod aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Der Hot-Pod ist eine besondere Form des Elektro-Wogs und wird hauptsächlich als chinesisches Pendant zum bei uns bekannten Fondue gesehen. Mithilfe des Hot-Pod lassen sich entspannte gemeinsame Kochabende mit Familien und Freunden ausrichten, bei denen alle am Kochprozess beteiligt sind. Was ist ein Wog-Herd? In den asiatischen Ländern gibt es meist spezielle Wog-Herde. Diese sind mit viel höheren Leistungen als westliche Herde ausgestattet und erreichen dadurch die benötigte Temperatur ab 200 Grad Celsius ohne Probleme. Was bedeutet der Begriff Pfannenrühren? Wie der Wog selbst stammt diese Kochtechnik aus China. Das im chinesischen Chao, chinesisch Chao, genannte Pfannenrühren bezeichnet eine Brattechnik, bei der in einem stark vorgeheiztem Wog kleinere Mengen unter ständigem Rühren und Wänden gebraten werden. Was bedeutet Wog-Hei? Wog-Hei ist die Bezeichnung für den Geschmack, den Geruch und das Aroma, das Essen erhält. Wenn es bei Temperaturen über 200 Grad Celsius zubereitet wird. Es wird auch als Wog-Aroma bezeichnet. Es entsteht durch das kurze Garen einer Speise bei ständigem Umrühren innerhalb eines Wogs.